Also ich habe vom Grundsatz her eine sehr schlechte Zahnsubstanz. Mir wurden in der Vergangenheit an Ober- und Unterkiefer jeweils vier Brücken eingesetzt. In meiner letzten Zahnbaustelle war das nicht mehr möglich, weil mir die Brückenpfeiler fehlten und ich somit drei Stiftzähne gesetzt bekommen sollte. Alles, was ich nicht habe, ist Zeit und insofern war ich froh, dass ich hier die Zahnarztpraxis Dikow gefunden habe. Ich bin in der Zahnarztpraxis hier in Friesdorf sehr freundlich aufgenommen worden. Sehr freundliches Personal, sehr saubere, sehr angenehme Praxis. Frau Dikow hat in ihrer Praxis meinen Kiefer vermessen, hat virtuell die Implantate eingesetzt, hat gesagt, mein Kiefer würde diese Implantate aushalten. Es war eine reine Vertrauensbasis. Der Tag der OP war bei mir sehr angstbehaftet. Mir wurde die Angst aber vom Personal genommen. Nach dem Eingriff ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Es hat auf Anhieb alles gepasst. Ich hatte nach der Behandlung keinerlei Schmerzen. Es fühlte sich quasi vom ersten Moment an wie meine eigenen Zähne. Ich kann jetzt wieder kauen, zubeißen. Hätte ich gedacht, dass das so ein Klacks ist, diese drei Stiftzähne dazusetzen, dann hätte ich das Ganze viel, viel früher in Angriff genommen und mich zu lange bewahrt. Vertraue und glaube, es wird nicht so stark gesehen. Hast du mir einen L sneller auch Meterません. Soll ich dir das ganze Zeit wiederum hierzu finden, weiß ich nicht so sehr, 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 sehr. Ich kann jetzt die one throat, möge dir die Person mehr der Fallen auf dem, ich hoffe, es reicht nicht so hart. Plan sie sicheras pro Jimedial þess Poly